Nobody gonna do for you. Pull the trigger. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Lektion 3. Aufgabe 6a. Lektion 3. Aufgabe 6a. Ich wollte dir diesen Kuchen hier bringen. Mh, der sieht toll aus. Aber ich hab doch gar nicht Geburtstag. Nein, aber du hast auf meinen Sohn aufgepasst, als die Kita gestreikt hat und meine Freundin Valentina krank war. Damit hast du mir sehr geholfen. Der Kuchen ist ein kleines Dankeschön. Das ist wirklich lieb von dir. Sieht lecker aus. Sind da Mandeln drin? Ja, und Schokolade. Du, ich wollte dich noch was fragen. Ich habe dir doch erzählt, dass ich bei uns im Hotel einige neue Aufgaben habe. Ja, und dass du unzufrieden bist, weil du nicht mehr Geld bekommst. Genau. Eine Frau in einem Internetforum hat mir gesagt, ich soll um eine Lohnerhöhung bitten. Klingt logisch. Und? Hast du schon mit deinem Vorgesetzten gesprochen? Mit Herrn Richwald? Nein, noch nicht. Ich will mich auf das Gespräch gut vorbereiten. Kannst du mir dabei helfen? Ich weiß nicht. Was kann ich denn tun? Ich möchte eine Liste machen und meine Tätigkeiten im Hotel genau aufschreiben, damit Herr Richwald sieht, was ich alles mache. Ah, eine Tätigkeitsliste ist eine gute Grundlage für eine Verhandlung. Natürlich helfe ich dir. Komm doch morgen nach der Arbeit vorbei. Prima. So gegen halb zwei? Ja, das passt. Gut. Dann bis morgen. Und vielen Dank schon mal. Kein Problem. Danke für den Kuchen. Lektion 3 Aufgabe 4 Einführung Für ein Unternehmen zu Hause arbeiten? In den letzten Jahren wird immer mehr über dieses Modell diskutiert. Vor allem Telekommunikations- und IT-Unternehmen, aber auch Banken und Versicherungen experimentieren mit Arbeitsplätzen in der eigenen Wohnung, die auch Homeoffice-Arbeitsplätze genannt werden. Oft wenden Unternehmen eine Mischform an, zum Beispiel 20 Prozent der Arbeitszeit im Homeoffice und 80 Prozent am normalen Arbeitsplatz. Man braucht natürlich klare Regelungen, wie die Arbeitszeit registriert wird, selbstständig durch die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter oder auftragsbezogen. Der Mitarbeiter erhält eine bestimmte Zahl von Tagen, um ein Projekt fertigzustellen. Mit unseren Studiogästen möchten wir jetzt über die Vor- und Nachteile der Arbeit zu Hause diskutieren. Sprecher 1 Ich habe einen Homeoffice-Arbeitsplatz bei einer Internetfirma. Die Firma stellt mir einen PC mit den erforderlichen Programmen und einen Monitor zur Verfügung. Ich habe auch einen Heimarbeitsvertrag. Das heißt, ich bekomme ein Festgehalt. Daneben sind Provisionen möglich. Was sind die Vorteile, was die Nachteile dieser Arbeitsform? Mit den Kosten ist das so eine Sache. Sicher spart man Geld, zum Beispiel für die Fahrt zum Arbeitsplatz. Aber es entstehen ja Kosten für Strom, Heizung und so weiter, die man selbst zahlen muss. Ganz wichtig für mich ist aber, dass ich Beruf und Familie besser vereinbaren kann. Während ich früher nie wusste, wann mein Arbeitstag zu Ende war, kann ich jetzt immer abends zum gemeinsamen Abendessen zu Hause sein und habe Zeit für die Familie. Sprecher 2 Ich arbeite bei einer Versicherung. Als die Firma mir vorschlug, probeweise Heimarbeit auszuprobieren, war ich zuerst begeistert. Seine Arbeitszeit frei einteilen, Pausen machen können, wann man will, das ist schon etwas Besonderes. Jetzt nach einiger Zeit sehe ich Probleme. Man braucht sehr viel Selbstdisziplin. Ich finde es gar nicht schlecht, wenn man auch einmal kontrolliert wird. Bei der Arbeit zu Hause muss ich mich selbst zwingen, einen Auftrag in einer bestimmten Zeit fertig zu haben. Und dann müssen auch noch die üblichen Haushaltsarbeiten erledigt werden. Für die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatem braucht man einen Plan, an dem man sich halten kann. Meine Frau ist zu Hause. Es ist schwer für sie zu akzeptieren, dass ich zwar auch zu Hause bin, aber arbeite und nicht gestört werden möchte. Für mich ist das genauso schwer. Arbeiten im Homeoffice für eine beschränkte Zeit finde ich okay, aber nicht auf Dauer. Sprecher 3 Ich bin Unternehmensberater und bin absoluter Vertreter neuer Arbeitszeitmodelle, gerade wenn man sich vor Augen hält, wie sich die Arbeit in den nächsten Jahren verändern wird. Für die Unternehmen bringt die Homeoffice-Arbeit Vorteile und sie senkt Kosten. Erfahrungsgemäß arbeiten die Mitarbeiter mehr, da es keine festen Arbeitszeiten mehr gibt. Viele arbeiten auch am Wochenende. Für den Arbeitnehmer muss es aber Regelungen geben, die Heimarbeit sicherer macht. Es gibt hier sehr viele unseriöse Angebote. Sie brauchen klare Arbeitsverträge. Die Arbeitnehmer dürfen rechtlich nicht schlechter gestellt sein als Mitarbeiter in traditioneller Arbeit. Hier ist noch viel zu tun. Mein Name ist Dimitra Papadopoulou. Ich arbeite als Personalsachbearbeiterin in einem Krankenhaus. 40 Stunden pro Woche. Ich habe also eine Vollzeitstelle. Die Arbeit macht mir großen Spaß. Leider habe ich kaum Zeit für meine Familie, weil ich abends immer erst sehr spät nach Hause komme. Am Vormittag muss ich viel organisieren, zum Beispiel Termine planen und Vorstellungsgespräche vorbereiten. Ich sitze sehr viel am Schreibtisch und muss aber auch viel telefonieren. Meine Aufgabe ist es auch, Arbeitsverträge vorzubereiten. Meine Arbeit ist nie langweilig. Mir gefällt auch, dass ich viel Kontakt zu den Kollegen habe. Wenn Mitarbeiter Fragen haben, helfe ich ihnen gerne. Ich bin Melek und arbeite in der Abteilung Einkauf in einem großen Möbelhaus. Meine Arbeit ist interessant und abwechslungsreich. Ich berate nicht nur die Kunden, wenn sie Einrichtungstipps brauchen. Ich bin auch verantwortlich für Bestellungen und die Auswahl von Lieferanten. Wenn Kunden Reklamationen haben, ist es meine Aufgabe, diese zu bearbeiten und eine Lösung zu finden. Das kann ich natürlich nicht immer alleine entscheiden. Oft muss ich das dann mit meinem Chef besprechen. Sprecher 3 Mein Name ist Alexandru. Zurzeit arbeite ich als Küchenhilfe in einem großen Restaurant. Die Arbeit ist sehr anstrengend und wird nur schlecht bezahlt. Aber wichtig für mich ist, dass ich eine Arbeit gefunden habe und mit deutschen Kollegen zusammenarbeite. So kann ich mein Deutsch verbessern und Erfahrungen mit der Arbeitswelt in Deutschland sammeln. In meiner Heimat habe ich Koch gelernt. Jetzt hoffe ich, dass mein Abschluss in Deutschland anerkannt wird. Dann werde ich hoffentlich bald eine bessere Stelle finden. Lektion 4 Aufgabe 1a Frau Aziz, ich habe eine Flugverbindung für unser Meeting in München rausgesucht. Das ist sehr gut, Herr Lehmann. Ich suche gerade ein Hotel im Internet. Wir können am 21. um 8.30 Uhr nach München fliegen und am 23. nach der Tagung zurückkommen. Dann brauchen wir vom 21. bis zum 23. ein Hotel. Lektion 4 Aufgabe 1b Viele Hotels kommen in Frage. Alle außer dem Hotel zur Alten Post haben ein Restaurant und eine Bar. Hm, aber es sind welche in der Nähe. Die Zimmer sind ohne Klimaanlage. Das finde ich grundsätzlich gut. Und es ist ein kleines Hotel. Da ist es etwas persönlicher. Und wenn wir ein Hotel in der Innenstadt nehmen? Was halten Sie vom Hotel Bayern? Ach, das ist aber groß. Und wir müssten jeden Morgen mit der S-Bahn zum Gewerbegebiet rausfahren. Ja, das stimmt. Nun, das Hotel Airport ist eine gute Alternative. Es hat nicht so viele Betten und es ist nicht weit entfernt zum Tagungsort. Es liegt direkt am Flughafen. Das hat auch Vorteile bei der An- und Abreise. Dann nehmen wir aus Bequemlichkeit das Hotel Airport. Gut, dann buche ich für zwei Personen zwei Einzelzimmer für zwei Tage. Lektion 4 Aufgabe 3a Hotel Hansen, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Toma Popescu. Können Sie mir sagen, ob Sie Zimmer an Handwerker vermieten? Ja, wir sind ein kleines Hotel und vermieten fast nur Einzelzimmer an Handwerker. Das ist gut. Ich wollte zwei Einzelzimmer für die nächste Woche reservieren. Nächste Woche. Hm. Da sind unsere Zimmer schon gut belegt. Wann kommen sie denn? Wir wollen am Montag anreisen. Müssen wir schon am Vormittag einchecken oder können wir direkt zur Baustelle fahren und erst nach Feierabend zum Hotel kommen? Nun ja, Sie dürfen natürlich erst arbeiten. Aber Sie müssen bis 18 Uhr Ihre Zimmer bezogen haben. Dann haben wir Schichtwechsel. Das geht in Ordnung. Kann man bei Ihnen abends essen? Wir haben einen Gasthof. Da gibt es kalte und warme Speisen. Das können Sie dann abends spontan entscheiden. In der Nähe gibt es aber auch andere Möglichkeiten. Haben Sie Parkmöglichkeiten? Wir kommen mit dem Firmentransporter. Ja. Hinter dem Haus stehen den Gästen Parkplätze zur Verfügung. Da dürfen Sie kostenfrei parken. Das ist perfekt. Dann möchte ich bitte bis Freitag zwei Einzelzimmer auf die Namen Toma Popescu und Tobias Schmidt Firma Herbert Möller reservieren. Gut, Herr Popescu. Sie bekommen von mir eine Buchungsbestätigung per Mail. Geben Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse. Lektion 4 Aufgabe 4c So, meine Herren, dann schauen wir mal, welches Vorgehen am sinnvollsten ist. Ich schlage vor, Sie stemmen zuerst die Schlitze in den Wänden auf. Wir müssen zuerst die Wände an den Stellen markieren, wo die Heizungsrohre hinkommen. Ja, richtig. Und dann können Sie die Heizungsrohre in den Wänden verlegen. Haben Sie das schon gelernt? Ja, das habe ich zwar schon gemacht, aber ohne die Verbindungen anzubringen. Nun, wir gehen das gemeinsam durch und ich zeige dir, wie du die Verbindungen zwischen den einzelnen Rohren anbringst. Danach müssten dann die Heizungsanschlüsse auf die Heizungsrohre montiert werden. Dann können wir die Heizkörper an die Wände montieren. Zuerst muss der Maurer die Schlitze in den Wänden wieder verschließen. Nein, besser noch nicht. Warum denn nicht? Zuerst müssen wir einen Probedurchlauf machen und sehen, ob alles in Ordnung ist und alle Leitungen dicht sind. Ja, ja, richtig. Also dann am besten danach erst mal die Heizungstherme an das System anschließen. Und noch das Lüftungsrohr auf dem Dachboden anbringen. Ach ja, das hatte ich vergessen. Dann aber einen Probelauf im gesamten Haus starten. Tobias, danach müssen wir die Heizkörper leider wieder von den Wänden abmontieren, um die Schlitze verschließen zu können. Und zum Schluss können die Heizkörper wieder an die Wände geschraubt werden. Genau. Gut, dann gehen Sie mal alle an die Arbeit. Lektion 4 Aufgabe 7b Nummer 1 Ich habe gerade mit der Hauspost angefangen. Ich könnte aber das Einschreiben zuerst erledigen und würde danach die restliche Post durchschauen. Nummer 2 Würden Sie mir bitte die neue Lieferadresse angeben? Ja, gerne. Das ist die Beethovenstraße 20. Es wäre nett, wenn Sie mir eine Auftragsbestätigung zusenden könnten. Die schicke ich Ihnen umgehend zur Rechnungsadresse. Nummer 3 Vielen Dank für deine Hilfe. Du solltest heute noch die Grafik einpflegen. Dann würde ich morgen früh alles durchlesen. Das ist gut. Danach könnte ich den Bericht dem Chef vorlegen. Nummer 4 Wenn wir mehr Zeit hätten, könnten wir das Lager sortieren. Wir sollten es aber dennoch aufräumen. Spätestens bis zur Inventur. Lektion 4 Aufgabe 8a Sie sollten alles runterfahren und ihn neu starten. Könnten Sie mal schauen, ob Sie ihn wieder starten können? Nun ja, ich kann es mal versuchen. Vielleicht könnten Sie die Präsentation auf einem Stick speichern und sie dann auf meinen Laptop spielen? Oder haben Sie vielleicht eine Kopie auf einem Stick? Nein, leider nicht. Daran habe ich nicht gedacht. Eine Sicherungskopie wichtiger Daten sollten Sie aber immer machen. Es kann ja immer etwas passieren. Ach, hätte ich das mal besser gemacht. Hm, hier tut sich nichts. Es wäre besser, wenn Sie im Büro anrufen. Die IT-Abteilung könnte Ihnen per E-Mail eine Kopie zusenden. Nein, die Datei ist viel zu groß. Aber Sie könnten sie in die Dropbox legen und Sie müssten sie dann nur runterladen. Das ist eine gute Idee. Sie müssten die Präsentation mit meinem Laptop machen und Sie sollten Ihren Laptop in die Reparatur geben. Die haben hier ja auch eine IT-Abteilung. Ja, so könnten wir es machen. Danke, Herr Lehmann. Guten Tag. Ich rufe an wegen unserer Buchung. Buchungsnummer 6077. Ja, das war ein Zimmer für zwei Personen vom 1. bis zum 3. Dezember. Genau. Bei unserer Buchung haben wir aber aus Versehen einen falschen Abreisetag angegeben. Den 3. Dezember. Das muss der 4. Dezember sein. Könnten Sie das ändern? Kein Problem. Der Abreisetag ist also der 4. Dezember. War das Zimmer mit oder ohne Frühstück? Mit Frühstück, bitte. Möchten Sie außer dem Frühstück noch andere Mahlzeiten einnehmen? Nein, bitte das Zimmer nur mit Frühstück. Ich habe aber noch eine Frage. Aus Ihrer Webseite geht hervor, dass Sie auch einen Transferservice zum Flughafen anbieten. Nein, tut mir leid. Den Transfer bieten wir nur für größere Reisegruppen an. Aber zum Flughafen fahren regelmäßig Taxen. Und mit der U-Bahn-Linie 1 und 3 Richtung Zoo sind wir auch sehr gut zu erreichen. Fahren Sie dann bis zur Haltestelle Zoologischer Garten. Lektion 4 Aufgabe 5 A Können Sie morgen zur Firma Schmidt fahren? Sie haben angerufen. Der Abfluss ist schon wieder verstopft. Ja, natürlich. Soll ich unseren Azubi mitnehmen? Unbedingt. Dann kann er etwas lernen. B Herr Popescu, für Ihre Dienstreise zur Baustelle haben wir schon Ihr Hotelzimmer gebucht. Sie müssen nur noch das Material zusammenstellen, das Sie für die Montage benötigen. Das habe ich schon gemacht. Eine Frage. Kann ich für den Samstag, an dem ich ja arbeiten muss, nächste Woche einen Tag frei bekommen? Natürlich. Sie können den Donnerstag oder auch den Freitag freinehmen. Sie dürfen sich die Mehrarbeit aber auch als Überstunden auszahlen lassen. Danke. Ich möchte mir gerne noch überlegen, wofür ich mich entscheide. Kein Problem. Wie Sie wollen. Sie können mir dann ja am Montag Bescheid sagen. Lektion 4 Aufgabe 7 Nummer 1 Guten Abend, Frau Schneider. Tut mir leid, dass ich Sie am Wochenende stören muss. Es geht um unsere Tagung nächste Woche im Hotel Astoria. Herr Radu und Frau Baumann haben mir gemailt, dass sie ihre Reiseunterlagen noch nicht bekommen haben. Alle anderen Teilnehmer haben die Unterlagen erhalten. Ich habe zumindest nichts Gegenteiliges gehört. Könnten Sie mal nachschauen, was da passiert ist? Vielleicht sind ja Ihre Mails an Herrn Radu und Frau Baumann nicht angekommen. Bitte schicken Sie beiden die Papiere dann noch einmal zu. Danke. Nummer 2 Hallo Janis, hier Oliver. Ja, also zu unserer Teambesprechung heute. Viel versäumt hast du nicht. Es gibt aber eine wichtige Neuigkeit. Deswegen rufe ich an. Wir sollen in vier Wochen zusammen auf Montage auf irgendeine Baustelle in München. Eine Woche lang. Mir persönlich passt das überhaupt nicht. Ich war in den letzten zwei Monaten schon viermal auf Geschäftsreise. Hatte kaum noch Zeit für die Familie. Eine Dienstreise pro Monat, denke ich, ist genug. Ich habe noch nichts gesagt. Wollte erst mal mit dir reden. Vielleicht hast du ja Lust auf die Reise. Dann würde ich doch mitfahren, weil wir so gut zusammenarbeiten. Wenn nicht, könnten wir uns ja einen Gegenvorschlag überlegen. Vielleicht andere Kollegen finden, die dort arbeiten wollen. Unser Chef will das nächste Woche mit uns besprechen. Als mein Chef mich für Geschäftsreisen einteilte, fand ich die Vorstellung, immer wieder neue Orte kennenlernen zu können, zuerst interessant. Aber jetzt, nachdem ich viel unterwegs sein muss, bin ich nur froh, wenn ich wieder zu Hause bin. In Hotels brauche ich immer mindestens zwei Tage, bis ich meinen normalen Schlaf wiederfinde. Das ist einfach nicht gut für meine Gesundheit. Sprecher 2 Ob bei Geschäftsreisen, die Vor- oder Nachteile überwiegen, hängt von der Arbeit ab. Früher war ich Lkw-Fahrer, immer unterwegs. Das war Dauerstress. Nie wieder. Wenn ich jetzt bei meiner Arbeit in einer Möbelfirma manchmal auf Messen fahren muss, finde ich solche Dienstreisen ganz toll. Dann lerne ich viele neue Leute kennen. Sprecher 3 Jobs, bei denen man viel unterwegs sein muss, sind Gift für die Familie. Und die Technologie ist heute doch so weit entwickelt, dass man auch viele Dienstreisen gar nicht mehr braucht. Gerade Meetings und Besprechungen kann man sehr gut über Videokonferenzen durchführen. Dadurch werden auch Kosten gespart. Sprecher 4 Als ich bei meinem Bewerbungsgespräch erfuhr, dass von mir erwartet wird, flexibel zu sein, immer wieder auch an anderen Orten zu arbeiten, war ich zuerst nicht sehr begeistert. Inzwischen finde ich Reisen sehr positiv. Man kann dabei viele Erfahrungen sammeln, seinen Horizont erweitern und bei Geschäftsreisen ins Ausland auch andere Kulturen kennenlernen. Ich habe mich mit dem Bewerbungsgespräch, 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 ich habe mich mit dem Bewerbungsgespräch. Ich habe mich mit dem Bewerbungsgespräch, ich habe mich mit dem Bewerbungsgespräch, mich mit dem Bewerbungsgespräch, ich habe 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 mich mit dem Bewerbungsgespräch, Bis zum nächsten Mal.